bleib dran ratet mit mir ich glaube ich habe eine idee ich bin so erregt ich bin so erregt andreas hat mir dieses kleinod der ingenieurskunst das ist nämlich ein durchlaufer hitze zu geschickt und gemeint das ding hat wohl nicht lang kommen und wird dann umgetauscht wenn man beim entsprechenden händler guckt der mit dem großen a also guckt scheint wohl einige dieses erlebnis zu teilen und ich glaube das könnte echt spannend sein da mal zu gucken was jetzt zumindest mal dem hier fehlt einige sagen übrigens auch das ist wo die sicherung durchkauen hätte das klingt spannend das einzige blöde ist ich weiß nicht habe ich euch garantieren kann dass das ganze minimalinvasiv wird es könnte heute eine sehr maximalinvasive aktion werden aber es ist ja eh schon denke hier wurde professionell ein ausgang für die spannungsversorgung geschaffen so komm kommst du jetzt raus so ich habe jetzt vergessen zu fragen was eigentlich war aber wir kriegen sich heraus das sieht ja schon auf anhieb faszinierend aus was ist denn hier passiert ist das dichtmasse oder hat da der heilige sankt korosian angefangen damit zu spielen erster test ist gucken wir mal ob es noch isoliert also ob da wirklich vielleicht nur die sicherung durchgegangen ist das nur können wir streichen also ob es ein isolationsproblem gibt und der fi durchgehen jetzt stellen wir uns mal ganz dumm allerdings lasst mich mal schön schauen das wird wahrscheinlich die übertemperatursicherung sein ich gucke gerade ob wir die steuerung beschädigen durch so ein isolations test also das hier sind die beiden anschlüsse des heizkreislaufs also wenn ich jetzt hier öffne oder hier öffne genauer gesagt vor dass die da das gebastelt aus dann müsste ich hier die isolation gegenüber pe relativ gut messen können ohne die elektronik zu beschädigen erst mal so ich knipse das hier ab tut eh nicht das unterbreche ich jetzt einfach mal professionell mit dem designierten profi werkzeug so und jetzt kann ich gefahrlos für die steuerung hier gegenüber gehäuse eine isolationsprüfung machen ich sollte das no effort in december nennen weil das wird sicher ein quickie das video das haben wir sich relativ schnell fertig das hier ist man staatlich überhaupt nicht so gelassene isolationsprüfer der macht nämlich bis 5000 volt und das ist so spaßig so also guck mal wie wird es mit immer erst einschalten und kurzschluss prüfung machen so passt ich nehme mal zweieinhalb tausend volt ich weiß so muss man sich testen ich mache es trotzdem 5000 jaja ich weiß dass über die spezifikation also mal jetzt leicht finden das was jetzt erzählt hat es einen leichten überschlag gegeben wobei man jetzt natürlich fairerweise sagen muss eigentlich sollte man da natürlich wasser reinlassen damit das hier authentisch ist one moment please ich muss klar sagen das ist ein bisschen blöd wenn man keinen druck zur verfügung hat er wird wasser reingeleert da ging aber nicht viel rein das verengt sich sehr schnell da drin machen wir mal so eine prüfung aber ich vermute mal wir können da in den wärmetauscher nachher besser reingucken aber ich kriegte eine zeit drucklos nicht gefühlt aber jetzt mal für spaß also es fieb wie zau aber ich sehe jetzt keinen offensichtlichen überschlag das ist alles okay das sind irgendwas 100 gigaohm das spielt keine rolle was aber für euch eine rolle spielen könnte ist dass demnächst weihnachten ist und selbstverständlich weihnachten ist die zeit von pcb ist ja logisch und da gibt es jetzt ein paar neue aktionen und zwar könnt ihr euch ein paar coupons verdienen das geht relativ einfach ihr klickt dann hier drauf und müssten ein paar fragen beantworten das ist ganz ganz schwierig wobei es ist jetzt auch nicht ganz so leicht also muss schon bis alle wühlen und nachlesen aber gut man kann ja auch jede menge geld sparen damit ihr könnt auch wenn er ein weihnachtliches design habt das einreichen und habt dann die chance darauf dass es mit einem gewissen discount oder umsonst gemacht wird oder ihr könnt natürlich eine reguläre platine einreichen und dann eure coupons die ihr dann oben verdient habt bei den ganzen verschiedenen dingen einreichen die pcb so macht eben prototypen assembly rigid flex advanced pcb und so weiter das geht weiter bis zum 3d printing sie in sieben machining und so weiter und er wisst ja er kriegt die sachen in relativ kurzer zeit dann vor die haustür geliefert die ganze zoll geschichte und so weiter ist schon geklärt und ich bedanke mich bei pcb für die unterstützung dieses videos also ich würde sagen dann fangen wir mal mit dem pms an mit dem punkt der maximalen sauerei und schrauben hier diesen wärmetauscher hier auf oder dieses heizelement und kommt an der stelle sage ich doch immer wenn ihr irgendwas von dem werkzeug kaufen wollt was ich verwende ihr wisst ja unten in der video beschreibung ist mein amazon shop es wird dadurch für euch eine teuer um ein paar prozent landen dann bei mir jetzt ist was heraus das war so klar die idee war naiv dass das dann einfach auseinander geht immer hier aufschraubt war doch nicht so neu wo siehst denn dies eine rote snubs sie geht das sind also ich sage jetzt mal nicht dass ich das verstehe das ist was für das folgt der dichter und denke und was ich jetzt zum beispiel nicht gesehen hätte was ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht sieht jetzt seht ihr es hier geht die schraube dieses leistungs transistors und des anderen die gehen hier rein gehört es so oder ist es ein denkfehler also auf jeden fall geht es den gnadenlos da rein das rote da ist nicht gefährlicher zahnbelag oder wie der dichter fragen würde was soll das beweis stück a was ist es ein federbämbel aber was man auf jeden fall sieht hier das sind wohl die heizspiralen die gehen hier durch und jetzt sage ich einfach mal die enden hier oben irgendwo für was die ganzen andere kanäle sind das ist eine danke für die frage sehr gute frage aber ich höre schon einige von euch skandieren schraubt auf schraubt auf ja ja ich kann mir schon vorstellen dass einige von euch jetzt ganz nervös schon sind weil sie unbedingt wissen wollen ob da jetzt einige von den leistungs halbleitern leitfähig geworden sind kann ich verstehen aber ihr wisst ja das beste kommt zum schluss was mir jetzt aber da völlig spontan einfällt erst einmal stellt die heizelemente messen auch wenn ich schon dann herumgefummelt habe 18 18 um jetzt kommen die kopfrechner 18 um kopf rechnen 230 volt davon gehen wir mal aus 18 oben sind irgendwas um 10 ampere also irgendwas um zwei kilowatt jetzt mal daumen also es ist plausibel auf jeden fall für den heizwiderstand so sesam brötchen öffne dich also da kommen die heizspiralen raus lang lang ist geworden was ist denn das hier für barzel zeigt da das sieht jetzt aber schon ein bisschen nach träg aus ich glaube träg ist der fachmännische ausdruck also auf jeden fall sind diese zwei kanäle hier sind die heizkanäle und fragt mich jetzt nicht was der andere spaß warum warum ich jetzt noch so jede menge bohrungen drin sind ich habe absolut keinen schimmer das wasser fließt hier rein in den hier das ist auch der wo hier diese leistungs halbleiter das ist die kühlung für die leistungs halbleiter leck mich doch am arsch die haben gleichzeitig noch was ist das eigentlich für material hier das ist eher so ein harter kunststoff die haben natürlich die kühle die leistungs halbleiter weil sie sich hier mit rein geschraubt haben das heißt diese ganzen kanäle hier sind wahrscheinlich nur für verschiedene bestückungsvarianten kühlkanäle also waghalsige theorie hier unten treffen wir die heizspiralen wieder auch wenn sie versaut sind also nicht erotisch versaut sondern einfach so dreckmäßig versaut aber moment ach so das wasser fließt hier um hier ist der übergangs dingsbums und dann fließt das wasser hier weiter durch den nächsten kanal also wahrscheinlich die reinfolge jetzt verkehrt rum aber das ist ja dann umkehrbar und dann hierüber hier in den also hier könnten auch drei wahrscheinlich heizwendeln drin sein also ich denke mal da ist auch eine höhere leistung machbar fließt von der einen heizwindel zur nächsten von der zur nächsten dann wieder hier raus und hier raus und hier rüber also es fließt ja immer so im kreis das wasser und das war es dieser thermoblock hier ist eigentlich mehr show gut aber also das muss so sein die leistungs halbleiter werden gekühlt durch durch laufende wasser jetzt wäre der punkt wo er mir für die saurereien like hinterlassen könnte das gas ding wird der amerikaner sagen wenn er englisch könnte wie war das mit einem wisch ist alles woanders jetzt haben wir immer noch das hier und mir fällt jetzt hier gerade spontan auf dieses ding dieser bämbel hier der mit entgegen kam der ist magnetisch why i'm so stupid tell me why tell me sweet little why nein es war was anderes der war da ist eine stelle offen sonst ist ja hier alles zu bis auf eben klar übrigens die schraubposition darf natürlich nicht vergessen bis auf jetzt das war der leere ja muss der leere gewesen da war das ding drin das ist magnetisch haben wir hier irgendwo einen magnet sensor bei dem ganzen spaß und dann ist das bleibt bei mir ich glaube ich habe eine idee was das sein könnte das ist ja cleverer als gedacht das könnte sein dass das ein durchfluss messer ist mit einem schall also dass der hier den wasserfluss hier der wasser fließt da vorbei und treibt den dann gegen die schwerkraft nach oben ich wette mal das ding muss auch in einer gewissen lage montiert werden und wenn das stimmt dann müssten wir hier irgendwo magnet sensoren finden ich bin so erregt ich bin so erregt jetzt muss ich doch die platine herunter schrauben weil jetzt wollen wir es wissen hahaha sehen sie auch genau hin da ist ein red kontakt was completely right ich weiß dass heute noch chaotischer als sonst hat der durchgang 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 gut dann kommt als nächstes hier der weg weil weil halt habe ich nicht gesagt das habe ich natürlich nicht gesehen aber da sieht man die heizwendel wenn man genau auffasst hat das zehn grad da und das ist der thermoschalter eure last line of defense wenn die temperatur überschritten wird und also nämlich jetzt mal an weil jetzt kommt die intelligente frage wo ist ihre temperatursensor ich habe so dass du mich fühlst du mal die elektronik wirklich angucken hat aber worte verdammt da ist ja nichts drin da ist hier ein vollbrecht rectifier zwei kondensatoren der eine wird dafür sein ein kondensatornetzteil zu bauen zwei optokoppler zwei triax wahrscheinlich ich rat mal wir sehen es nachher gleich unten red kontakt der den ganzen spaß auslöst die abolisch lachen im hintergrund so ich habe es ungefähr eine stunde mit recherche verbracht und ich hätte nicht geglaubt dass mich durchlaufer hitze so faszinieren könnten und zwar mal einer meiner gedanken war ja das ist ja hier sind ja hier offene heizwendel ist denn das kein problem für fehlerströme ja ist es irgendwie aber jetzt machen diese ganzen bohrungen hier sind weil diese strecken hier wo das wasser nur so vor sich hin oxidiert vor sich hin strömt natürlich das sind isolations strecken in dem sinne das macht man muss das ein bisschen anpassen im schlimmsten fall als man braucht mehr wenn das wasser leitfähiger ist aber so die mal daumen wird das wohl so stimmen das ist auch insgesamt die einfachste art das durchlauferhitzers der ist nur volumen gesteuert da ist keine elektronik drin wie der herr buplatz sagen würde also es ist kein unbedingt nötig während die elektronik besteht hier aus zwei triax 40 ampere bla bla sind extra für sowas gedacht die versorgung hier passiert über einen vollbrecht rechte farbe schon mal gesagt und eben mit dem x-klasse kondensator bildet er ein kondensator netzteil dann haben wir hier zwei optokoppler die die triax brauchen und das ganze wird eben durch diesen rit kontakt ausgelöst der auch durch diesen magnet der relativ stark ist dann hier betätigt wird das ist relativ simpel es gibt hier keine weitere absicherung bei den strömen ist es mehr oder weniger normal eigentlich also das als elektronisch zu bezeichnen ist schon korrekt also es ist ein bisschen verschleißärmer natürlich als wenn man jetzt eine andere art der schalterei nehmen würde aber so viel elektronik ist da ernsthaftlich nicht drin was wahrscheinlich passiert ist dieses teil hier ja das hat eben bis als arg zu oxidieren angefangen und dass wenn es breiter wird nehme ich einfach mal an dass hier der durchfluss nicht mehr passt dass also die auslösung deswegen auch nicht mehr funktioniert weil sich das natürlich dann immer mehr frisst und dann stimmt halt der effekt auch nicht mehr also würde ich jetzt mal vermuten und der rit kontakt der schaltet noch das habe ich ausprobiert was mir noch eingefallen ist weil ich habe eine weile sinniert warum die hier zwei triax reinmachen also triaxen wechselstrom schalter die über das geld dann halt eingeschaltet werden wird eigentlich sehr häufig verwendet auf verdimmer und so weiter da könnte man hier auch wirklich eine leistungsregelung machen das machen modernere durchlaufe jetzt auch die am temperatursinn sondern diese einfach nicht ich vermute jetzt und das könnte mich gerne in den kommentaren korrigieren dass die hier zwei nehmen weil ja sonst im standardmodus also wenn das ding aus ist immer eine heizwendel hier potenzial hat und über das wasser zur erde und da vielleicht dann auch wirklich oxidation und so weiter und vielleicht auch ein bisschen gasbildung einsetzt warum nimmt man übrigens so ein blank draht wer ist das offen draht system erstens mal ist die wärmeabgabe genial hoch und zweitens mal soll das soweit ich das recherchieren konnte auch dieses der abgelagerte kalk scheint sich wohl hier auch durch diese leichten in den beiträgen nicht gelesen abstand da vibrationen wieder leicht ablösen ich denke mal dass der halt auch thermisch weg sprengt wird wenn sich das erhitzt also wahnsinnig unerwartet spannend das ganze und hier merkt man auch da ist nix überflüssig also diese ganzen bohrungen hier die sind alle notwendig dieses ding hier mit isolieren hier und kühlen gleichzeitig eigentlich schon wieder genial also in seiner schwachfugigkeit ist das gerät eigentlich schon wieder genial und hier eben der zusätzliche einlass für eine weitere heizschlange wobei man dann ist ich mir jetzt wundere warum das eignet hier dann aber das nicht eine doppel heizschlange in dem ss andere arbeiten dann nach dem system dass er eine verjüngung haben in dem röll mit dem zulauf röll zum beispiel und dann über die druckdifferenzen druckschalter betreiben auch das gibt es dann natürlich aber wir haben dann eben auch insgesamt andere möglichkeiten des versagens an dem ganzen es könnte natürlich jetzt zum beispiel sein dass so ein ding den fi schmeißt wenn hier das wasser zu leidfähig ist zum beispiel das ist durchaus möglich übrigens dieser schauen wir gerade mal schnell da ist ja da ist ja trotzdem noch ein pe drin ah gott das hätte man sagen können der pe ist beim auslass und einlass also wenn diese isolationsstrecken nicht reichen dann wird hier ja erst mal die spannung abgebaut und im besten fall natürlich auch der pe der fi rcd ausgelöst und hier sieht man eigentlich das fascinating so das sieht für mich für noch etwas grün sparen aus das würde vielleicht wenn es jetzt hier anschluss gibt würde hier auch der fi geschmissen ich weiß jetzt nicht wie die installationsanleitung ist ob man da überhaupt ein rcd verbauen muss aber zumindestens mal könnte man es bei dem system ich hatte schon lustig mit schneiden angefangen und dann ist mir eingefallen sogar mal du tipp also ich zu mir jetzt haben wir ich gar nicht schaut ob die elektronik an sich funktioniert und irgendwie hat es mir auch keine ruhe gelassen und haben gedacht wir haben schon lange keine lebensgefährlichen versuche mehr gemacht mit oder ohne trendrafo was natürlich kennt jetzt die übliche warnung was jetzt im folgen gezeigt wird ist extrem lebensgefährlich strom kann euch tödlich umbringen jahre 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 und so weiter ich mache das natürlich jetzt am trendrafo ich hoffe mal dass mir nur relativ wenig hier explodiert am besten gar nichts aber noch das jetzt frei fliegend einfach statt den heizelementen hier jetzt muss ich kurz schauen wo kam er denn eigentlich rein das war jetzt falsch mich an den heizelementen möchte ich ja die lampe anschließen und da habe ich abzwickt das wird jetzt in keiner katastrophe enden wenn ich das so mache aber richtig sollte schon richtig bleiben bevor er auf falsche gedanken kommt er sieht nur die eine hälfte das ist der nicht trennende teil hier also das ist nicht der trendrafo sondern das ist nur der regel stell teil das ist aber geschickter wenn ich das so mache weil ich dann ab weg als sicherer vertraten kann wenn es schon so unsicher alles ist wo ich immer ein bisschen kiel ich bin ist dass man leitende teile von der unterlage weg kriegt auch wenn die einigermaßen isoliert ist die kurzschlüsse sind nachher unerwartet jetzt drama den ganzen spaß um dass man den ried kontakt herankommt und ich würde sagen jetzt schalten wir es mal ein und schauen ob es knallt hat noch nicht geknallt kann er noch kommen so jetzt kommt der richtig gefährliche teil was nicht so nah ran also habt gesehen lampe klimmt ein bisschen empfindlich ist das klumpen also zumindest mal war das dann nachweis die schaltung hier an sich funktioniert ich finde dass der ried kontakt ein bisschen empfindlich ist der ist ja auch eigentlich gedreht der ist ein bisschen schräg also es könnte sein dass man den breckerl anders bauen sollen da bin jetzt aber nicht so der chef das zu beurteilen war nur so ein gedanke am rande jetzt ist übrigens wieder der punkt wo ich darauf verweise wenn ihr sowas machen solltet dass jetzt natürlich die ganzen kondensatoren hier geladen sind und man dann aufpassen muss weil er hat mich schon ein paar mal zucken sehen bei solchen videos geld weil er gerade da ist kümmer ich auch die schnelle an den kerl hier noch reinschauen da warte ich jetzt auch nichts anders als im bimetall ich habe zu weihnachten gibt es neue platten welche farbe hätten es denkt gern das hätte ich so auch nicht erwartet der bimetall funktioniert hier so aber was heißt erwartet ich habe noch keine offen gehabt naja ok das ist der knackfrosch der die nun hier raus drückt und der separiert dann hier die kontakte langweilig aber effizient und jetzt muss ich jetzt noch mal wiederholen was ich schon mal gesagt habe die wenigsten geräte sind wirklich langweilig also alles was ich hier neu auf den tisch krieg irgendwas findet sich immer was im nachhinein spannend ist deswegen finde ich auch manchmal schade dass sich die leute abschrecken lassen davon der titel interessiert mich vielleicht nicht deswegen wenn man glaube ich jetzt hier den titel auch von dem video ein bisschen mehr ich würde mal sagen prüf wurden also etwas mehr auf ja spannung irgendwie trimmen und spannung ist ja bei dem thema schon angebracht das ist ja eigentlich auch ein heißes spannendes thema bei dem man sich dann auch richtig nass machen kann das wäre jetzt eigentlich schon wieder ein schöner video titel ich hoffe es hat euch interessiert wenn nett dann habt ihr ziemlich lang durchgehalten ok bis zum nächsten video servus